Ja, ich liefere gerne nochmal einen Nachtrag, einen Teil 2, weil wie es aussieht, morgen komme ich wirklich, glaube ich, echt nicht dazu. Wollte ja heute da auch in der neuen Wohnung übernachten, aber haben wir uns anders entschieden. Eine Fuhre haben wir gemacht, aber es gibt noch ein paar, leck mich am Arsch, ja. Und ja, Entscheid fiel hier jetzt mal wieder für unser liebes Gebärbocktes und die Transatlantiker und Eurokraten, die nämlich nach wie vor für eine Ausweitung des Ukraine-Krieges sind. In etwa geht das Hauptvideo so 30 Minuten. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitchute, Odyssee oder Rambl. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.